Herzlich willkommen bei QTF. Seit über 30 Jahren sorgen wir durch Reinigung und Entgasung für die hohe Effizienz von Anlagenwasser. Gas im Anlagenwasser schadet der Energiebilanz und der Umwelt. Die von uns entwickelten Geräte zur Schnell- und Dauerentgasung sowie die sechs Schritte des QTF-Konzepts stoppen die Korrosion und erhöhen die Effizienz des Energieträgers. Diese Schritte stellen wir Ihnen in sechs kurzen Videos vor. Der erste Schritt ist die Inspektion. Messen heisst Wissen. Am Anfang steht stets die Inspektion. Ohne zu wissen, was Ihre Anlage braucht, leiten wir grundsätzlich keine Massnahmen ein. Und genau das zeigt uns die Inspektion. Sie sollte regelmässig und insbesondere nach dem Nachspeisen erfolgen. Die Inspektion umfasst vier Punkte. Erstens Sichtprüfung. Hierbei suchen wir nach Hinweisen auf Undichtheiten, wie zum Beispiel rote Verfärbungen am Fussboden. Das Anlagenwasser verdunstet, kann aber sichtbaren Rotrost hinterlassen. Zweitens Anlagenwasseranalyse. Hierbei messen wir Gesamtgasgehalt, pH-Wert, Sauerstoffgehalt und Leitfähigkeit. Diese Daten zeigen uns sehr genau den Zustand des Anlagenwassers. Bei ihrer Auswertung hilft uns die Erfahrung aus unzähligen durchgeführten Inspektionen. Drittens technische Anlagenkontrolle. Anlagenmängel, falsch platzierte Bauteile oder falsch dimensionierte Expansionsbehälter können Sauerstoff ins System lassen. Viertens Prüfbericht. In einem ausführlichen Prüfbericht legen wir Status und Risiken der Anlage dar. Wir empfehlen Abhilfemassnahmen oder bescheinigen Ihnen eine störungsfreie Anlage. Das war Schritt 1 des GTF-Konzepts, die Inspektion. Im nächsten Video geht es um Schritt 2, die Anlagenreinigung. Bis später.